Was wir wollen mit unseren Kunden gemeinsam sind Perspektivwechsel. Wir sehen, dass IT, die Wirkungsweise von IT in den Unternehmen sich dramatisch verändert und dafür brauchen wir neue Perspektiven. Und welchen Platz könnte es geben, der mehr und unmittelbarer die Möglichkeit schafft, Perspektivwechsel zu haben. Wir sehen hier eine Industrie, die für vieles von dem steht, wie viele andere Industrien sein wollen und vielleicht auch sein sollten. Technologieoffener, kundenzentrierter, schneller, besser in der Kollaboration. Da können wir so viel lernen. Und deswegen sind wir mit Mechtli hier. Das beeindruckendste, ganz ehrlich, ist, ganz persönliche Bemerkung, ist die Stimmung. Wir sehen so viele junge Menschen, die total interessiert sind, die begeistert sind für ihr Thema, die geduldig sind, wenn sie in den langen Schlangen, an den Ständen warten müssen, bis sie vorgelassen werden, um ein Spiel ausprobieren zu können. Und das Ganze findet in einer super Stimmung statt. Und das natürlich gepaart mit der Sichtbarkeit von Technologie in den Produkten, der Bedeutung von Technologie in den Produkten. Das ist absolut beeindruckend und ist game-changing. Spiele können unglaublich viel bewegen. Ich glaube, es gibt ja nichts Wichtigeres, als dass wir alle nie aufhören zu lernen. Und Spielen ist Lernen. Das ist für mich auch heute, das weiß ich natürlich, aber das ist heute auch durch vieles von dem, was wir erlebt haben hier, was gesagt wurde, nochmal ganz klar geworden. Spielen ist Lernen. Und das ist das, was wir in den Organisationen, in den Unternehmen brauchen. Bei uns selber, bei Bechtle, aber natürlich auch bei jedem Unternehmen, mit dem wir hier zusammenarbeiten. Wir müssen lernen, wir müssen offen sein für neue Themen und das ist Spielen. Und das macht dann auch noch Spaß. Also von daher, es ist ein starker Eindruck von Lernen, Spielen, damit nicht aufhören, über Grenzen und Silos hinwegdenken, das können wir mitnehmen. Und das ist ein starker Eindruck von Lernen und Silos hinwegdenken. Vielen Dank.